Hoi miteinander. Heute geht es ein bisschen schweizerdeutsch Smalltalk und zwar über meinen Wandertag. Viel Spass! Heute bin ich wandern und möchte euch ein bisschen über die Arfe erzählen. Und es ist eine spezielle Folge heute, weil normalerweise bereite ich den Podcast vor mit einem Script oder ich spreche über eine Geschichte oder eine Sage oder eine Erzählung oder irgendwie einen Anlass in der Schweiz, eine Tradition, die schon existiert und zudem gibt es viele Infos. Aber heute möchte ich mal über ein persönliches Erlebnis erzählen und darum auch ein bisschen freier. Mit dem Gedanken, dass es vielleicht für euch auch hilfreich ist, wenn ich mal ganz natürlich, normal erzähle. Also ich versuche es auch natürlich zu erzählen, aber so ist es ähnlich, wie wenn ich es vielleicht Kollegen erzählen oder meiner Familie erzählen würde. Darum mache ich heute mal eine solche Folge. Und vielleicht könnt ihr mir ja am Schluss sagen, wie ihr da gefunden habt, ob es für euch interessant ist oder nicht vielleicht. Was euch besser gefällt, das wäre sicher eine coole Info für mich oder sehr hilfreich zu wissen. Ja, aber fangen wir mal an mit heute. Also wir haben eine Wanderung geplant gehabt und eigentlich eine gute Kollegin von mir hat mich eingeladen zu einer Wanderung mit fünf anderen Personen, inklusive einem Bergführer. Also die heutige Wanderung ist nicht gerade nur eine normale Wanderung, sondern schon eher eine alpine Wanderung, eine berge- und alpine Wanderung, die schon ein bisschen schwieriger ist. Also vom Schwierigkeitsgrad her zwischen T4 und T5. Vielleicht kenne ich die Farbe, die man braucht, um den Wanderweg zu klassifizieren. Und es gibt rot-weiss. Und das ist in der Regel ungefähr T3 und ist schon klassifiziert als einen alpinen Bergweg. Und T4 und T5 sind schon Wege, die man vielleicht schon ein bisschen klettern möchte. Man sollte sicher keine Höhenangst haben, also schwindelfrei sehen und gut bergängig sehen. Ja, und das ist heute so unser Projekt gewesen. Zumindest auch von meiner Kollegin. Und ich bin einfach mit. Und der Tag hat eigentlich angefangen, wir haben am Viertel von 9 Uhr abgemacht in Unterwasser, das ist in Doggenburg, auf der anderen Seite vom Alpstein. Also unser Wandergebiet ist der Alpstein, das sind die Abzeller Alpen. Und die Ausläufe von den Alpen gehen eigentlich bis ins Doggenburg. Doggenburg liegt in St. Gallen, Kanton St. Gallen, Unterwasser auch. Und ich bin dann etwa um halb acht Uhr abgefahren von Hirisau, von Osserode, über das Neckertal, über den Himberg. Da ist so ein Pass, das hat früher mal ein altes, oder gibt es heute noch? Ein altes Autorennen dort gegeben. Ganz schönes mit den Oldtimers auch. Ich bin nicht sicher, ob es es heute noch gibt. Das müsste ich nachschauen für euch. Aber auf jeden Fall ist es eine ganz schöne Strecke, ist landschaftlich sehr schön. Und dann bin ich, ja, ungefähr ein Viertel von neun, haben wir die Etappe gemacht. Ich bin ein bisschen vorne dort gewesen, habe dann noch ein Sandwich, ein eingeklemmtes Essen. Also eingeklemmtes sind Sandwich, genau. Auf Hochdeutsch würde man sagen, eingeklemmtes. Das bedeutet einfach, weil man zwischen zwei Scheiben Brot, Fleisch, Käse, Salat eingeklemmt, eingeklemmt. Und ja, genau, eigentlich einfach ein Sandwich. Und ich habe das alles vorbereitet. Etwa drei Sandwichen habe ich vorbereitet am Vorobend. Ich habe noch ein bisschen Nüsse und Trockenfrüchte mitgenommen und natürlich genug zu trinken. So ein bisschen Vorbereitung ist schon wichtig. Und dann auf dem Parkplatz habe ich auch noch die Schuhe wechseln können, weil mit der Bergschuhe kann man nicht wirklich gut Auto fahren. Ich konnte alles tiptop berichten. Und dann sind wir pünktlich etwa am 9 Uhr abgelaufen. Wir haben dann noch einen Helm bekommen, einen Sturzhelm, plus noch ein Sicherheitspaket, auch vom Bergführer. Der ist auch sehr, sehr gut organisiert gewesen. Ja und jetzt sind wir eigentlich alles aufgestiegen. Wir sind auch über Schneefelden gekommen. Der Bergführer hat dann uns noch coole Sachen geklärt. Wissen Sie denn, was Sie machen müssen, wenn Sie auf einem Schneefeld ausrutschen? Also ich habe keine Ahnung gehabt. Also ich hätte jetzt nicht genau sagen können, was die beste Taktik ist. Und er hat uns dann erklärt, dass es schlechte Taktik ist, wenn man auf dem Gesäß bleibt. Also auf dem Vödle, auf Schweizerdeutsch gesät. Auf dem Hintern. Also Vödle ist Hintern. Weil dann rutscht man eigentlich wie in Scheletten. Und kann nicht mehr bremsen. Das Bessere ist, wenn man sich so schnell wie möglich probiert, auf den Bauch zu drehen. Und dann wie in eine Art Liegestützposition kommt und dann die Arme und die Beine streckt in den Schnee ein. Und dann so kann man am schnellsten stoppen. Das war sehr interessant und definitiv gut zu wissen. Dann sind wir weiter. Und sind dann schon bald einmal an die erste heikel Passage gekommen, wo wir dann auch nicht die Hölle montieren mussten. Ja, und alles gut verstauen. Auch die, wo Gehstöcke dabei, keine Wanderstöcke. Die tut man dann auch weg für solche Passagen. Und dann haben wir wirklich müssen durch die Felsen klettern. Ein bisschen an Exponierter stellen. Und sind dann auf den ersten Gipfel gekommen. Und dort haben wir dann ein kleines Päuschen gemacht. Wir haben dann auch ein Gipfelbuch. Meistens auf den Gipfel hat es unter den Steinen, vielleicht in einem Blechbüchse oder irgendwo in einem geschützten Behälter ein Gipfelbuch. Wo man seinen Namen eintragen kann. Einen Eintrag machen, was cool zu schreiben, vielleicht was lustiges. Das haben wir gemacht. Und sind dann nachher gerade auf den zweiten Gipfel, wo nicht weit nebenzu gewesen ist. Für das haben wir müssen noch eine heikle Passage überwinden. Wir mussten dann auch ein Seil spannen und haben dann mit dem Seilöss abseilen. Und sind am anderen Ende wieder hoch, auf den zweiten Gipfel. Auch dort haben wir einen Eintrag gemacht, natürlich, weil sich das gehört. Und haben eigentlich vorgehalten, dort zu Mittagessen. Ist aber ein bisschen zügig gewesen. Zügig bedeutet zügig, auf Hochdeutsch. Und das ist einfach, wenn der Wind geht, wenn der Luft bläst und es auch ein bisschen kühl ist. Und es nicht so angenehm ist. Dann sind wir wieder abgestiegen und haben dann kurz, nicht weit unter dem Gipfel, das Mittag gegessen. Dort haben wir dann unsere Einklemmten gegessen. Und haben einfach gute Gespräche gehabt. Und es ist wirklich eine ganz schöne Zeit gewesen. Vielleicht so 20 Minuten, halbe Stunde sollen wir dort gewesen. Ja, und dann sind wir weiter auf das eigentliche Hauptziel vom heutigen Tag. Und da ist ein Gebärgipfel, gerade in der Nähe, also nicht weit von dort. Der ist noch ein paar Meter höher gewesen. Und der ist eigentlich witzig gewesen. Der Gipfel ist voll mit Gräsen überwachsen, wo hingegen die anderen Gipfel ganz ausstehen gewesen sind. Da ist ein schöner Kontrast gewesen. Und wir sind dann auch auf den Gipfel hoch. Haben dort auch nochmal eine kleine Pause gemacht. Und haben uns dann noch ein bisschen auf den Abstieg gemacht. Und während des Abstiegs hat uns der Bergführer auch ganz viele Sachen geklärt. Er ist auch ganz ein witziger Typ gewesen. Er hat uns zum Beispiel geklärt, wie er einmal mit Kletterschülen so Trittschulungen macht. Also so in den Fölzen. Wenn es ganz viele Fölzen hat, ganz viele Steine. Und es ist ein bisschen unwegiges Gelände. Wenn er dort einmal so Trittschulungen macht mit den Kletterschülen. Und er hat es natürlich mit uns dann auch gemacht. Nur zum Spass natürlich. Er hat uns aber auch ernstere Sachen erklärt. Also zum Beispiel vom Gelände, von der Geografie, auf was man mal schauen kann. Wo es gefährlich kann sehen. Ja, wir haben ganz viele Infos bekommen. Auch zu der Fauna-Flora. Er hat ganz viele Blumen gekannt. Er hat uns die Namen erklärt. Was vor allem für mich sehr wichtig ist. Weil ich habe keinen blassen Schimmer, manchmal. Ja, und dort um halb fünf Uhr sind wir wieder auf dem Parkplatz gesehen. Alle gesunden munten, dort. Ein bisschen müde, aber sehr zufrieden. Dann haben wir uns verabschiedet. Ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben. Ich habe noch die Füsse im Bach hier gehalten, wo gerade in der Nähe durchgeflossen ist. Ich habe noch das letzte Eingeklemmte verdruckt. Und bin dann langsam über die Dogenburg wieder ins Appenzolle lang gefahren. Ja, und das war einfach ein wunderschöner Tag gewesen. Ich kann es euch empfehlen. Um das Wasser, Alt-Sankt-Johann im Dogenburg. Von dort haben ihr ganz viele Möglichkeiten zum Wandern gehen. Ich tue euch auch noch ein paar Links in die Beschreibung. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal ausprobieren. Ist wirklich empfehlenswert. Ja, und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war einmal ein bisschen freier. Ich habe versucht, freier zu reden. Das erste Mal, so, wenn ich mich ein bisschen verschwätzt habe. Entschuldigung. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.